Und herzlich willkommen zu Crisis mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Oh, wir werden hier gleich gebührend empfangen hier, würde ich sagen. Einmal rüber, über die Jungs. Ich sehe nichts. Man hat ja auch keine, keinen Zoom oder so. Raus da. F. Komm, such dir. Oh, Deckung. Andere Waffe. Und Tarn. Der ist ja erstmal abgelenkt. Denn wir müssen ja hier zu diesem... Dingen da, was sich dreht. Vorsichtig. Sitzst du still. Sitzst aber still! So. Ach so. Tarn. Tarnfeld aktiviert. Du siehst mich doch gar nicht. Oh, hier haben sie schon die ganzen Bäume abgesiebelt. Sag ich doch, hier ist eine Geschützstellung. Oh, ich muss auf meinen Dings achten. Wartet, 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 wartet. Ich muss erstmal wieder... Ich hab eben noch Witcher gespielt. Witcher 3. Schöne Spiel. Uh. Ich glaub, die haben mich gesehen. Dann nehmen wir mal die kleine Karoum. Oh. Nicht vorrücken. Sag ich doch. Hört mal auf mich. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Wo bist du? Warte. So, jetzt müssen wir das Ding hier irgendwie kaputt machen. Geht denn das mit ner Granate? Nein. Wie geht denn das mit ner Granate? Oh. Ich probier das jetzt aus. Drei hab ich noch. Ich glaub, das bringt nicht viel. Aber ich hab ja auch Haftladungen gehabt. Vier. Drei. Zwei. Drei. Ah, hier. Wie benutzt man die? So benutzt man die. Machen wir gleich. Wir schauen auch hier erstmal ein bisschen nach. Munition. Entschuldigung. Oh, hier komm ich nicht durch. Ich hab's kaputt. Geh mal. Das kann ich gut. Die Nase. Was bedeutet das? Munition ist voll. So, jetzt müssen wir nämlich mal an da hin. Da warten sie schon. Seht ihr da die ganzen vielen blauen? Da ist noch ein... Ja. Unangenehme Geselle. Mann, hört aber auch blöde Nase. Ob da auf den Kisten noch was ist, was ich gebrauchen kann? Nö, sieht nicht so aus. Ins Fahrzeug steigen. Ich werd' denn da mal hinfahren. Ach, hier war ja nix. Hier waren ja nur... Ähm... Ne Waschmaschine. Kann ich mich erinnern. Ja, da haben wir... Da oben haben wir die erste Station. Beseitigt. Das erste Flattgeschütz. Das liegt ja hier immer noch alles rum. Ja, das Ding hat einen Wendekreis wie ein... Riesenlaster. Huh, ich dachte schon, das Spiel stürzt ab. Huch. Hier haben wir ja auch angeräumt... Äh, aufgeräumt? Angeräumt. Und uns einen Kampf mit dem Hubschrauber... Hingegeben. So, ich denk mal, hier ist es besser. Kontrollpunkt ist immer verdächtig. Wenn ich aussteige... F. B benutze und mich bücke. Oh. Das war wohl nicht so gut. Da ist ein Roter. Der ist besonders gefährlich. Glaub ich. Ah. Ja, ja. Wir schleichen hier mal durchs Gestrüpp. Da können sie uns nicht sehen. Maximale Panzerung. Die sind zum Auto gelaufen. Das ist gut. Karrenfeld aktiviert. Das ist jetzt eine Ablenkung. Ich will mal schauen, ob ich hier irgendwie... von der Seite ran kann. Das sagt mein Strom. Oh, ich muss mal langsam wieder ins Gebüsch. Komm, 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 komm. Ja, doch. Maximale Panzerung. So. Tarnfeld aktiviert. Ja. Oh, Mauspad. Mauspad. Mauspad war zu Ende. Ich glaub. Ich mach nochmal... ...ne Checkung hier. Da bist du. Flugabwehr. 168 Meter. Ist ja nicht so weit. Geht ja noch. Wir sind hier nicht, ne? Äh. Da ist noch einer. Maximale Panzerung. Ich weiß nicht, ob ich den schon drauf hatte. Gelb ist gut. Also wenn die so gelb leuchten, ist gut. Wenn die rot leuchten, sind sie alarmiert. Tarnfeld aktiviert. Dann war der alte Mann zu unvorsichtig. Ich geh jetzt mal hier rüber und da hinten ins Gebüsch. Und dann schauen wir weiter. Hier sieht mich doch keiner, ne? Energie kritisch. Uh. Maximale Panzerung. So. Aufladen. Ich muss erst diesen Ollen... ...da am Geschütz erlegen. Tarnfeld aktiviert. Uh, uh. Ja. Ah, hier kann ich mich auch verstecken. Das ist gut. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Wir kommen hier schon rein. Gleich sind wir drin. Jetzt sind wir erstmal bei ihm. Hier sind eins, zwei, drei. Uh, da ist auch einer. Das ist nicht gut. Ich brauch ein Versteck. Das ist kein gutes Versteck. Das ist auch kein guter Schutz. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Hab mich nicht gesehen. Ihr habt mich nicht gesehen. Tarnfeld aktiviert. Bleibt, macht das denn lieber von hier. Hier kann ich mich ein bisschen verstecken. So. Der hat doch was gesehen hier. Maximale Panzerung. Da. Ich hab dich doch... Dich hab ich gesucht. Halt still. Und schon ist er wieder weg. Ja, das war nicht so gut, aber... F-15, nein. Ich will, äh, F-17. F-71. Ich will F-71 Munition. Hier hast du sie. Nee, ich will keine Maschinenpistole. Kann ich hier nicht durch? Die haben alle Maschinenpistolen. Hm. Die Schrot möchte ich noch gern behalten. Da haben wir ja ein Fass, was hoch geht. Da ist ein abgeschossener Hubschrauber. Die werden aber noch mehr sein. Denke ich mal. Die werden ja nicht nur die paar Wachen an der Tür gehabt haben. Nein. Hier hinten muss ich hin. Ich höre keine Schritte. Ach, da ist einer. Der hat mich auch fast gesehen da. Den hab ich ja ganz übersehen, den Jungen. Da gehen... Da sind zwei. Das sagt meine Energie gut. Ich hab hier noch mehr gehört. Oh, jetzt hab ich's doch gemacht. Oh, das sind viele. Ich bleib mal hier. Sind die schon durch? Ja. Ach, wat. Noch eine. Oh. Das war nicht weit genug. Mach euch alle, alle. Oder ihr mich. Aua. Das ist einer hinter mir. Oh, sind das viele. Das war keine gute Idee. Ich such das... Ich such... Oh, ich hänge. Oh, wo kommen die denn alle her? Ich brauche erstmal hier ne Deckung. So, ist gut. So, jetzt ist erstmal Ruhe. Jetzt suchen wir einen anderen Weg. Nein! Da ist es wieder mit mir durchgegangen. Kommen die hierher? Ich bin nicht feige. Ich renne mal hier, aber hier wird's nicht weitergehen. Kann man hier rauf? Nein, kann man nicht. Oh! Bin ich ein Blödmann? Bisschen unkonzentriert. Gebe ich zu. Oh. Die kommen von... Die kommen von hinter mir. Mich. Mache ich alle, alle. Alle! Sind die jetzt hier weg? Eine Granate hab ich noch. Die hebe ich jetzt erstmal auf. Bist du erstmal hier allein? Die sind alle um die Ecke, oder was? So. Ich mach das mal, weil für die Waffe finden wir hier... Halt! Schalldämpfer. Rieservisier. Sturmvisier. Die zieht aber. Pferd zieht, mein ich. Da ist die andere aber besser. Dann nehmen wir die erstmal noch. Fahrefeld aktiviert. Solange ich kann. Warte, ich geh jetzt mal hier ins Gebüsch. So. Maximale Panzerung. Fahrefeld aktiviert. Energiekritisch. Die ist wirklich gut. Komm. Ja, warte. Das Blatt. Du hast Glück. Ich seh den gar nicht da. Wie viel haben wir noch? 107. So. So, die ist voll. Energiekritisch. Die scheint auch mehr Schaden anzurichten. Bei den Gegnern. Die wollte ich nehmen. Guck mal, da hab ich einfach mehr Munition. Da wartet er schon. Oh! Schnell! Nu! Das war jetzt bescheuert. Der schreit, als ob er stirbt. Und lebt dann weiter. Muss mich mehr konzentrieren. Die Waffe ist wirklich nicht besonders gut. Hier um die Ecke. Ich versuch das jetzt einfach mal so. Ja, schön den Rücken zeigen. Ach, das hat sie abgelenkt. Auf der Entfernung ist sie besser. Geb ich zu. Äh, oh! Flop, 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 flop. So. Da oben ist auch noch einer. Wartet mal. Der ist weg da. Deckung suchen. Ich hör da was. Kann aber auch täuschen. Jedenfalls hier schon ordentlich dummes Zeug gemacht. Würde ich sagen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich bin ein bisschen weit weg schon. Aber ich kann ja ja durch. Wo ist denn das doofe Geschütz? Hier ist der grüne Punkt. Oh, das ist ein Kanonenboot. Nein. Da ist es. Alles klar. Das schaffen wir noch. Schnell Tarn. Und verstecken wir uns mal hier hinter dem Container. So ein bisschen. So, das müsste weit genug sein. Boah. Waaah. Uuuuuh. Ich krieg hier wieder Besuch. Ja. Ich brauch ne Stelle, wo ich mich verstecken kann. Hier drin. Hier ist gut. Hier sieht mich keiner. Hier machen wir Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.